Die Zusammenarbeit mit Carleen ist sehr erfrischend. Sie ist eigentlich eine ruhige Person, aber dennoch eine queirlige Person. Sie ist sehr zielstrebig und kann wirklich auch umsetzen, die wir von ihr verlangen. Also wenigstens der Kind liegt im Sprint und läuft, aber ich mache trotzdem am liebsten Sprint. Ich engagiere mich, weil wir ein Talentcampus haben, wo wir für Inländer die Möglichkeit haben. Es war für uns naheliegend, dass das auch für flüchtende, junge Athletinnen möglich sein sollte. Wir hoffen, dass wir Carleen helfen können, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und letztendlich, dass sie ihrer Leidenschaft wirklich voll nachgehen kann, wie alle anderen auch in der Alpen, die das Talent haben. Ich glaube, wir versuchen möglichst natürlich umzugehen mit dem Potenzial, das Jugendliche haben und gleichzeitig ihnen zu zeigen, was notwendig ist. Und das ist nicht nur Talent, sondern auch Fliess. Und darum haben wir ja gesagt, wir möchten ein Programm machen, wo die Flüchtlinge, dass die auch gefördert werden und die gleichen Chancen haben, damit später an eine Olympiade oder eine WM gehen können. Und das ist es nicht genauer. Und da ist es nicht, wir wollen. weil wir uns beinhalb Jahre beglehen können. Und da ist eine weitere R Ordn 데� liggan, sondern wir wollen eine gladdecke machen. das �まず啊. Und da haben sie beim Mind- slavery das? grund, was das modeling wir dieses an,